Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode ECA Review News. Deutsche Hersteller sollen ihre Hausaufgaben machen. Das ist ein Zitat, welches nicht von mir stammt, sondern von Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Die hat sich nämlich zu dem Thema geäußert. Wir schauen uns das mal ein bisschen detaillierter an, blicken auch auf die Situation in China nochmal in diesem Zusammenhang und auch auf die Preissenkung von Tesla, denn die spielt auch eine Rolle hier. Starten wir also gleich mal rein. Wir haben hier einmal den Punkt, die Elektroautos sollen billiger werden, attraktiver werden und natürlich müssen Dinge wie zum Beispiel die Software und das Interieur auch so gebaut werden, dass Kunden Lust haben, solch ein Elektroauto zu kaufen. Und da geht sie gar nicht jetzt mal mehr nur auf VW ein, die wir ja gestern schon wieder mal zum Thema hatten, sondern allgemein. Und sie sagt eben halt, dass die Exporte zum Beispiel auch in Richtung China weniger werden und das hat natürlich auch unter anderem den Grund, dass dort weniger Verbrenner verkauft werden. Und genau das, was ich ja nun hier schon auf dem Kanal mehrmals erwähnt habe, passiert jetzt, dass entsprechend in China immer mehr Elektroautos verkauft werden. Es wird natürlich gerne hier in Deutschland suggeriert, dass bis 2060, 2070 schön die Chinesen weiter Verbrenner verkaufen werden. Natürlich passiert das in einer Transformation, dass ein Produkt weiter verkauft wird, genauso wie hier in Deutschland auch weiter Verbrenner verkauft werden. Aber es ist so, dass dieser Markt schrumpfend ist. Also es geht in eine Richtung, in der der Markt zwar weiter Verbrenner verkauft, aber entsprechend ist immer weniger werden. Und das ist an vielen Zahlen festzuhalten. Und das merkt man dann natürlich schrittweise jetzt auch in China, dass dort die Verkäufe zurückgehen. Und insgesamt im ersten Halbjahr 2023 wurden in Deutschland rund zwei Millionen Autos hergestellt. Das bedeutet nicht, dass zwei Millionen Autos hier verkauft worden sind, aber hergestellt worden sind. Und das ist laut dem Verband der Automobilindustrie. Das sind zehn Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Also vier Jahre später haben wir also zehn Prozent weniger. Und wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, dann haben wir zweieinhalb Prozent pro Jahr, wenn man das über den Schnitt nimmt, die wir weniger haben. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann fehlen in drei, vier Jahren, und das ist wirklich sehr, sehr freundlich noch gerechnet, plötzlich 20 Prozent der Fahrzeuge, sofern man eben halt nicht in Deutschland eine Produktion für Elektroautos hochfährt und diesen Markt der Verbrenner, der langsam zurückgeht, nicht von heute auf morgen, aber langsam, um das auszugleichen. Jetzt haben wir natürlich zum Beispiel so jemanden wie Tesla hier, die werden bald eine halbe Million Elektroautos hier bauen. Das heißt, es wird natürlich ein bisschen verfälscht sein. Tesla fängt da noch ein bisschen den Markt auf. Das muss man einfach anerkennen. Und das ist auch nicht wegzureden. Diese Autos werden also in Deutschland produziert, nach Taiwan exportiert, aufgrund der politischen Situation und natürlich auch nach Israel und dann natürlich im gesamten europäischen Raum. Aber Tesla ist eben halt kein deutscher Hersteller. Und wenn wir uns jetzt also mal die Sache anschauen, dann sehen wir, dass diese hochwertigen Elektroautos, also in dem Markt, in dem sich zum Beispiel Lucid Motors, BMW, Mercedes, Audi möchte ja auch mit manchen Modellen dort in diesem Markt sein, die tummeln sich alle in diesem Markt rum. Und da ist nicht mehr die Nachfrage so hoch. Wir schauen uns das gleich auch mal in China an. Also hochwertige Elektroautos wurden gebraucht vor einigen Jahren, aber das ist ein begrenzter Markt. Man hat einen begrenzten Markt, eine begrenzte Gruppe von Menschen, die sich solch ein Elektroauto kaufen. Wenn man aber in den Massenmarkt gehen möchte, wo ja Premiumhersteller nicht so gerne hingehen möchten, dann muss man natürlich preiswertere Elektroautos anbieten. Und wir schauen da wie gesagt gleich mal auf die Zahlen in China, denn das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, denn Tesla überholt hier die deutschen Autobauer bereits, ist aber eben halt nicht nur im Premium-Segment unterwegs. Und jetzt haben wir hier nochmal von der Wirtschaftsexpertin, wie gesagt, über die wir ja gerade gesprochen haben, den Hinweis, es müssen eben halt mehr Kapazitäten aufgebaut werden, bessere Wettbewerbsfähigkeit und sie spricht auch das Thema Skalierung an. Also genau den Punkt, den man ja braucht, wenn man etwas Neues hat, man muss skalieren. Wenn man aber schon vorher aufhört und nicht richtig weitermacht, dann kann das eben halt nicht richtig funktionieren. Jetzt nehmen wir nochmal das Thema Preise und bestätigen jetzt also nochmal dieses Problem, dass man da ganz schnell was machen muss. Die PwC-Strategy hat hier als Unternehmensberatung festgestellt, dass durchschnittlicher Rabatt für Stromer im Premium-Segment in Deutschland von Juni bis Juli um ein Viertel auf 14 Prozent gestiegen sind. Also da findet schon ein Umdenken statt, weil man merkt, dass man die Fahrzeuge zu dem Preis nicht los wird. Das Problem für die Autobauer ist aber, man könnte ja sagen, okay, wir verbieten jegliche Preissenkung, weil wir wollen nicht Preise senken, wie Tesla das gemacht hat. Auf der anderen Seite wird man dann die Fahrzeuge nicht los und jetzt macht man das in einem schleichenden Prozess. Viele von euch haben ja auch schon kommentiert, ich bekomme hier einen Rabatt bei dem Endler und bei dem Endler ist ja auch etwas, was ganz normal ist und das wird es jetzt immer mehr geben. Und mit einem Anteil von knapp 16 Prozent an den Zulassungen seien die E-Autos jetzt auf der Schwelle zum Massenmarkt. Und das ist ja grundsätzlich richtig. Wir sind jetzt also in Deutschland an einem Punkt, wo wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass wir in Richtung ein Viertel aller Fahrzeuge sind elektrisch. Und da gab es ein bisschen Kritik in den Kommentaren gestern, dass das ja von heute auf morgen gar nicht funktionieren kann. Das ist aber ja so, dass das ein schleichender Prozess ist. Das heißt, die Infrastruktur, das Thema Batterie-Recycling, das Thema Rohstoffe, all diese ganzen Geschichten, das ist ja ein langsamer Prozess. Der Verbrenner, der das Pferd abgelöst hat, das ist auch nicht in zwei Tagen passiert. Also es gibt noch genügend Zeit, diese Transformation langsam, Stück für Stück in allen Bereichen stattfinden zu lassen. Übrigens auch beim Thema erneuerbare Energien, was leider viele Leute nicht wahrhaben wollen. Das heißt, diese Rabatte, die schlagen richtig auf die Gewinnmargen. Und jetzt kommt noch ein weiteres Problem. Wir haben ja bereits über den chinesischen Markt gesprochen. In diesem Fall nehmen wir uns jetzt mal Mercedes, BMW und Audi. Und in der letzten Woche hat Tesla die wöchentlichen Produktionszahlen beziehungsweise Zulassungen, ich korrigiere mich hier, haben sie tatsächlich Mercedes und BMW und Audi überholt. Natürlich nicht im Gesamten, aber als einzelnes Unternehmen. Und das ist etwas tatsächlich, dass es das erste Mal seit Januar beziehungsweise Anfang Juni passiert ist. Und zwischendurch hat Tesla tatsächlich die Produktion ja runtergefahren, auch wegen des Tesla Model 3. Aber wir sehen hier sehr, sehr gut, dass die Zahlen, selbst wenn man Tesla wegnehmen würde, in einem absteigenden Trend, also in einem Trend sind, der nach unten geht. Und dieser Trend, der wird sich leider fortsetzen, sofern man entsprechend hier nicht mit den chinesischen Autobauern, die lokal in China tätig sind, kooperiert oder entsprechend Preise anbietet, wo die Kunden in China sagen, ich kaufe mir ein deutsches Premium-Auto. Dieser Trend wird ein langsamer Prozentsatz sein, der jeweils immer weniger wird bei den Verbrennern. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber dieser schleichende Prozess, den haben wir ja schon in den letzten vier Jahren teilweise verschlafen. Und wenn wir nochmal vier Jahre warten, dann werden wir wieder aufwachen und plötzlich denken, die Welt ist eine ganz andere. Und das wird wahrscheinlich mit der Elektromobilität passieren. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Es ist mal wieder ein heißes Thema. Und ich freue mich auf gute und konstruktive Diskussionen in den Kommentaren. Bis dann und Tschüss.